Ein freudiger Moment. Martin Cobras, Spieler des Jahres im Vorarlberg. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, ich fühle mich im Moment sehr gut. Fußball des Jahres hört sich sehr gut an und ich bin sehr stolz auf diese Auszeichnung. Hast du irgendwie damit gerechnet? Früher hätte ich natürlich nie damit gerechnet. Jetzt in den letzten Wochen hat es sich ein bisschen abgezeichnet. Jetzt bin ich schon sehr froh, dass ich es auch bekommen habe. Und ja, ich bin sehr glücklich. Du hast nicht damit gerechnet. Rechnest du vielleicht damit, dass du nächstes Jahr in der Bundesliga im Tor für Alter stehst? Damit zu rechnen ist sehr schwierig. Wir müssen gute Leistungen bringen. Und ja, dann ist alles möglich.